hallo liebe leute und grüße aus meinem garten heute morgen habe ich hier den rhododendron neu eingefasst in mit granitsteinen so ein schönes schöne abgrenzung gemacht ist jetzt nicht super toll geworden aber optisch sieht es auf den ersten blick doch recht schick aus hier an den seiten müsste dann noch mal wieder das gras neu wachsen und so hat man halt auch für den rasen dann einen einen abstand zum rhododendron selber geschaffen vorher war das kette das schon mal so gehabt aber da war es dann recht zugewuchert mit gras und unkraut und so ist es jetzt alles wieder schick und neu und wie gefällt euch das wenn ihr was schreiben möchtet dann würde ich mich freuen ansonsten wünsche ich einen schönen sonntag grüße lothar